Menschen bewegen, Welt verändern, als Salz und Licht. MOVE Audio, das Magazin der Allianz Mission zum Hören. Gläubig. Und jetzt Jünger über soziale Medien begleiten. Jeder dritte Jugendliche in Deutschland nutzt TikTok. Hier evangelisiert Marie-Rosalie gemeinsam mit Rose de Jesus und begleitet Menschen in der Jüngerschaft. Mein Herz schlägt seit 2019 für die Evangelisation auf den sozialen Medien. Damals gab es noch kaum jemanden, der auf TikTok für Jesus unterwegs war. Dabei sind dort so viele Menschen auf der Suche und tappen vergeblich im Dunkeln. Mit der Zeit kamen immer mehr Lichter hinzu. Seit 2021 sind Rose de Jesus und ich beim Bundesverlag für den TikTok-Kanal ihrer Zeitschrift Teensmag zuständig. In den letzten Jahren hat Gott sehr viel auf der Plattform bewegt. Seit einem Jahr bieten wir dort neben der Evangelisation und den Gebetslivestreams auch Glaubensgrundkurse mit der Zeitschrift Teensmag Base an. Dieser Kurs ist notwendig, denn es ist die eine Sache, Jugendliche zum Glauben zu führen und eine andere, den Prozess der Jüngerschaft zu begleiten. In diesen Grundkurs-Livestreams möchten wir Menschen dort abholen, wo sie gerade stehen. Hier schaffen wir Raum für Fragen und davon gibt es viele. Es gibt keine Verbindlichkeit, wie bei einem Offline-Kurs, denn eine so schnelllebige Plattform wie TikTok weist natürlich auch eine hohe Fluktuation an Teilnehmenden auf. Doch wir glauben daran, dass Gott die richtigen Menschen zu uns führt und wir Samen säen. Wir hoffen, dass Sie damit beginnen, in Gemeinden in Ihrer Nähe Anschluss zu finden, bei denen Sie gesunde Lehren erhalten können. Letzteres ist besonders wichtig, denn auf TikTok kursiert so viel Irrlehre. Immer mal wieder landen Sektenmitglieder in den Livestreams oder kommentieren unsere Videos. Das kann gefährlich werden, vor allem wenn diese Personen ebenfalls die Bibel als Argumentationsgrundlage verwenden. Wenn uns das auffällt, blockieren wir die Personen oder lassen uns auch mal auf eine kurze Diskussion ein, jedoch eher selten. Vielmehr liegt unser Fokus darauf, die Liebe Gottes und die Grundlagen des Glaubens zu vermitteln. Wir haben auch schon zahlreiche Menschen erlebt, die durch den Bildschirm hindurch vom Heiligen Geist berührt wurden. In all dem stehen wir erst am Anfang. Ende 2023 haben wir, Rose, Simon Dirks und ich, das Netzwerk Digital Light Mission gestartet und ich freue mich darauf, alle zusammenzubringen, denen Gott digitale Mission aufs Herz gelegt hat. Marie Rosalie ist digitale Missionarin in den sozialen Medien.